Wer an einer der über 1.800 PASCH-Partnerschulen außerhalb von Deutschland ein Deutsch-Zertifikat erwirbt, hat die besten Voraussetzungen, den eigenen Ausbildungsweg in Deutschland fortzusetzen. Ich habe Deutsch in Georgien gelernt und bin direkt mit dem DAD-Stipendium in 2009 nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich an der Universität Augsburg Bachelor und Master studiert. Ich war noch in der 8.9. Klasse, wo wir zum ersten Mal gehört haben, dass einer von unseren Schülern nach Deutschland gezogen ist und mit einer Ausbildung gestartet ist. Ich bin hier hingekommen mit total viel Abenteuerlust und irgendwie ganz viel Neugier. Und meine persönliche Entwicklung, das hat das DAD sehr, sehr beeinflusst. Das ist auch eine geile Erfahrung. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren bin ich zu dem Mensch geworden, wie ich jetzt bin und damit bin ich richtig glücklich. Ich habe einen Traumjob gefunden. Ich habe einen Traumjob gefunden.